Da ist unsere Terrasse. Und da ist der Hafen. Und jetzt gehe ich in die Weltstadt von Dacigi. Es ist alles sehr urig da. Es gibt nur ein Caféhaus. Kein Geschäft, gar nichts gibt es da. Es ist alles so verwindelig da. Oh, das ist alles so verwindelig. Das Latte ist für kleine Innenhöfe. Das ist ein Musiker. Das war's für heute. Das war's für heute. Und da kommen jetzt links Passionsblumen, die ich in Enziesfiltern auch habe, und das sind so wunderschöne Blumen. Das ist eine ganze Mauer voll mit Passionsblumen. 1. 1. 2. 3. 8. 7. Und so viele Feigenbäume gibt es da, die kann man im September viel ernten. Da war eine schöne kleine Bucht. So, jetzt bin ich wieder dabei. Das war Wanda-Chi-Chi, mir ist da nicht so. Und da gehe ich immer runter und schnorchle. Es ist unglaublich, wie viele Fische es da gibt. Das war Wanda-Chi-Chi. Das war Wanda-Chi-Chi. Das war Wanda-Chi-Chi. Das war Wanda-Chi-Chi. Und da oben ist wieder unsere Terrasse.